Okay, ich fange an, ob ihr es jetzt nun wollt oder nicht. Erstens, World Wide Web, Pastoral im Nirgendsland. Stell dir vor, es ist Gottesdienst am Sonntag und keiner geht hin. War am 8.02.2016 in einem Beitrag der Plattform evangelisch.de zu lesen. Was zunächst wie eine Dystopie zum Pessimismus neigender Personenkreise klingen mag, war am 17. Januar in Bibertal-Königsberg bei Gießen jedoch eingetreten. Pfarrer Horst Rockl stand um 9.30 Uhr im Talar vor leeren Bänken. Keiner kam. Das Problem ist hier struktureller Art, dass man bis heute offenbar meint, dass das Internet nichts weiter ist als so eine Art Impulsgeber, um Leute dazu zu motivieren, mal wieder die persönlichen Kontakte vor Ort zu suchen. Vergiss das, es funktioniert nicht. Es ist im Grunde anders. Es ist ein Impulsgeber, um im Internet Kontakte zu knüpfen und dezentral im Grunde Weggemeinschaft zu formieren und zu bilden und dann auch füreinander einzustehen. Und das war genau dieser Spirit, der in Wiggensbach eben zu spüren war. Ben das Brot, übrigens evangelischer YouTuber. Guten Abend zusammen. Ich bin nur kurz da, wollte loswerden, dass ich am vergangenen Samstag bei der Vorabendmesse bei deinem Geburtstag, Ludwig, eine Messe erlebt habe, wie ich es vorher noch nie erlebt habe. Ich habe einen ganz anderen Bezug zur katholischen Messe bekommen. Dankeschön. Und man muss vielleicht sagen, der Ben hatte ziemlich viel zu tun, denn der hatte die Kirche mit Mikrofonen verkabelt und gemacht und getan. Und wir alle, die wir auf dieser Empore rumgeflogen sind bei der Messe, hatten von der Messe selbst eigentlich ziemlich wenig, weil wir die ganze Zeit irgendwie technisch oder musikalisch am Werkeln waren. Und wenn dann trotz dieser wirklich widrigen Umstände Ben noch mit so einem Statement hier als erstes rausgeht, finde ich das echt ziemlich bewegend, weil ich weiß, dass die Umstände im Grunde überhaupt nicht getaugt haben, um genau so eine Erfahrung zu machen. Verrückte Welt. Danke. Aber wie wäre es denn mit einer Online-Redaktion, die 18 Stunden am Tag vielleicht drei Seelsorger bereithält, einfach nur die Stellung halten, um dem Kerngeschäft von Kirche nachzugehen, nämlich Menschen auf ihrem Lebensweg begleiten und durch schwierige Situationen durchzutragen und vor allem natürlich irgendwie Abglanz des Himmels darzustellen und zu zeigen, wofür wir stehen, dass wir glauben, dass es mehr und Größeres und Schöneres gibt und dass wir ein Ziel haben, das im Himmel ist, dann werden diese Gelder mit Sicherheit um Längen besser investiert. Das ist ein Projekt, das in den Social Media eben auch verbreitet wird und das heißt Before I Die, I Want To, Punkt, Punkt, Punkt. Und in unserer Sprachbibliothek sozusagen, der TV4 der Universität Bamberg, steht so ein riesen Holzkubus, an dem quasi ganz groß dieser Schriftzug angebracht ist und ganz viele Linien. Und dann liegt Kreide aus, dass die Leute das beschriften können. Und wir haben das Ganze noch um ein anderes Element erweitert, dass nämlich auch eine Beteiligung über Instagram und Facebook möglich ist, um dann diese Beiträge alle eben dann an die, zum Beispiel eben an die Glasflächen bei der Treppe oder sowas zu kleben. Und ich hoffe natürlich sehr, dass wir das schaffen, innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen am besten die ganze Galerie voller Statements zu kriegen. Das wäre irre krass und ich hoffe sehr, dass es klappt und ich hoffe auch, dass meine Social Media Strategie aufgeht. Und ich kann euch nur einladen, euch dem Ganzen von eurer Seite anzuschließen. Hi, okay, zurück zum Thema Kirche online. Es wird von der Kirche anscheinend nicht gewünscht. Nee, ich glaube nicht, dass es nicht gewünscht wird, sondern dass man es einfach nicht erkennt. Die Meinung ist, ich habe es ja aus dem Text zitiere, dass er selbst der fortschrittlichste Bischof in Sachen sozialer Netzwerke ordnet das Verhältnis zwischen Kirche vor Ort und Internet-Subsidier, wie er sagt. Also das Internet ist ein Mittel zum Zweck und nicht mehr. Aber kein Begegnungsort aus sich heraus, sagt er. Ich halte die These für falsch, weil einfach das Projekt Lingualpfeife schon qua Existenz das Gegenteil beweist, weil da einfach zu viel an echter Online-Begegnung direkter Art passiert. Wenn Leute komplett beten, wenn Leute auf WhatsApp miteinander Rosenkranz beten, Ja, ist das nicht Kirche? Was ist das denn dann? Aber es muss auch klar sein, dass Online-Kirche sich nicht auf das Online beschränken kann. Du musst natürlich irgendwie den Kontakt offline herstellen. Natürlich kann es nicht einfach bei der Online-Ebene bleiben, aber sie ist mehr als ein Vehikel. Ich muss zum Beispiel sagen, ich würde wahnsinnig gern mal ein Interview mit dem Limburger Bischof führen. Das ist ein Mann, den ich auch total spannend finde. Und auch, weil er Kirchenmusiker ist. Übrigens genauso mit dem Hamburger Erzbischof und meinem Heimatbischof natürlich sowieso. Aber das sind so drei, mit denen ich, glaube ich, eine echte Freude hätte. Fragt sie mal, vielleicht macht es ja jemand. Und so tun wir momentan so, als ob es die Volkskirche, die vielleicht bis in die 90er Jahre noch mehr oder weniger da wäre, als wäre die auch noch so. Denn aber wir ziehen keine echten Konsequenzen daraus. Dass diese Strukturen so im Grunde völlig hinfällig sind. Und dass das Territorialprinzip wohl als wichtiger Faktor sinnvoll ist, aber eben nicht mehr ausreicht. Lingu Pfarrer bedankt sich. Und schreibt, das freut ihn sehr. Mir hat es mit euch einfach eine riesige Freude gemacht. Kommt einfach alle wieder. Du, wenn wir alle wiederkommen, dann hast du keinen Platz mehr in der Kirche. Dann müssen wir anbauen den Wingsbacher Dom. Wir haben allerdings auch alles gestreamt. Und online und offline verzahnt, damit alle außenrum teilhaben konnten. Und sich aktiv einbringen konnten. Und wir hatten einen, der zum Beispiel die ganze Zeit, danke übrigens Philipp dafür, der die ganze Zeit am Computer dafür abgestellt war, eben die Bewegungen der Social Media zu koordinieren. Und auch die Impulse von da aufzugreifen. Was der Schweizer Professor, der Andreas Marti, eingeklagt hat, war nämlich genau mal diesen neuragischen Punkt zwischen online und offline zu verhandeln. Also was jetzt Form und Inhalt sozusagen ist und wo die anzusiedeln ist. Also die Liturgie ist eine Form, aber die ausgestrahlte Liturgie ist ja schon wieder eine Veränderung und nicht gleichzusetzen mit der Liturgie. Und insofern, das, was B. Busse gesagt hat, ist ein berechtigter Einwand an der Stelle, dass wir uns diese Scharnierstelle nochmal angucken, wo sozusagen online an seine Grenzen kommt und wo es aufhört. Wo offline an seine Grenzen kommt, aber die Schnittmenge da ist. In der heutigen Zeit kann die Schnittmenge zum Beispiel sein, dass ich mein Seelsorgegespräch über Skype führe oder Telefon oder sonst was und da eine Stunde beschäftigt bin mit einem Priester zum Beispiel und die sakramentale Beichte dagegen dann irgendwo im Beichtstuhl in fünf Minuten erledige. Und das ist ja völlig legitim, weil bei dem anderen geht es um ein Sakrament, wo ich vor Ort in einen physischen Kontakt treten muss. Ja, mit einem Priester. Und das andere ist eine Frage der Seelsorge. Das kann sogar eine Pastoralreferentin, eine Gemeindereferentin oder jemand mit einer intensiven Gottesbeziehung sein. Dafür muss man für geistliche Begleitung, muss man jetzt kein Priester sein. Ja, große Stärke meiner Redaktion ist inzwischen, dass wir richtig, richtig kompetente, tolle, zuverlässige Leute mittlerweile haben, die einen verdammt guten Job machen und die dann auch durchtragen und ermöglichen, dass sowas wie da jetzt möglich wurde, auch vom ganzen logistischen Aufwand. Auch Leute, die gefragt haben, warum wir das Treffen auch erst so spät bekannt gegeben haben. Das hängt halt damit zusammen, dass wir, also wer so ein Treffen auch mal vielleicht größer ausrichten will, muss erst mal im Kleinen üben, um erst mal zu gucken, was da so passiert. Ich kann nicht einfach auf einen Schlag da irgendwie 300 Leute einladen und dann stehe ich da und die ganze Kiste fliegt in die Luft. Michael Wachsenberger, Servus Ludwig, könntest du eventuell in den nächsten Videos das Thema tridentinischer Ritus beleuchten, was du davon hältst? Jetzt werden wahrscheinlich einige grinsen, weil ich habe in meiner Community ein einwöchiges Verbot an Diskussionen verhängt, tridentinischen Ritus zu behandeln. Nicht, weil ich komme mit diesem Ritus klar. Ich komme nur nicht damit klar, dass es ein ideologisches Vehikel für ganz andere Grundsatzfragen ist und ich empfinde das auch als Liturgiemissbrauch, die Heilige Messe immer so als Stellvertreterkrieg zu gebrauchen, um in Wirklichkeit über Kirchenpolitik zu reden. Und ich finde, das ist unwürdig und das wird der Messe nicht gerecht. Und genau, warum Streaming gefährlich ist. Übrigens ist die Zusammenfassung relativ leicht, weil im Internet zu viel Verrückter rumrennen. Oder vorhin hat man ja jetzt auch schon entsprechende Trolle und wenn man sich zur falschen Stelle provozieren lässt und dann zum Beispiel einem die Worte entgleiten, dann ist es halt nicht mehr einholbar. Ich glaube, dem Heiligen Geist muss man kein Turbo einbauen, aber es stehen halt genug auf der Bremse, die ihn permanent hindern. Um mehr zu diskutieren, ob das dann eigentlich eine Sünde gegen den Heiligen Geist ist, dann wäre es kritisch, weil die ist nicht vergebbar laut dem Evangelium. Das hier noch gekriegt ist lassen. Und wenn man es wegklappt, steht noch sein. Und ihr seht es vielleicht hier schon an diesem Strick. Das ist ein Bildband von den Kapuzinern. Thomas Mertens war unser Weltjugendtags-Korrespondent in Panama. Ihr findet seine Beiträge auf dem Facebook-Kanal der Lingo-Redaktion und in Teilen auch auf Instagram der Lingo-Redaktion. Gründen wir die Internetkirche ganz einfach, dann machen wir das jeden Sonntag im Kleinen. Leg mal zusammen, leg mal los. Oder ihr erklärt euren Bistümern auf allen Wegen, die ihr so finden könnt, warum es sowas braucht. Vielleicht geht es ja dann schneller. Am Ende dieses Streams in WhatsApp, in der Gebetsgruppe, mal ein paar Runden, Vaterunser, Ave Maria oder evangelisches Christusgebet oder orthodoxes Herzensgebet wegen mir drehen. Die können uns an der Stelle ganz sicher nicht schaden, was wir im WhatsApp ja in Dauerschleife im Grunde machen, nämlich ein Online-Vaterunser, das gegenseitig vervollständigt wurde. Tragt solche Formen doch einfach mal auch in die Social Media und zeigt, man muss es nur machen. Eine ruhige Nacht und ein seliges Ende gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Tschüss. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020